Also die FDP muss man wählen. Das ist ja ganz klar. Da kommt man nicht drum herum, wenn man unsere Leistungsbilanz sieht. Ich glaube, die kann sich sehen lassen. Wir haben ein bisschen gebraucht. Wir kommen nicht aus der Berufspolitik, wir kommen aus dem normalen Leben. Aber inzwischen merkt, glaube ich, jeder, dass wir angekommen sind und dass wir eine ganz besondere Note auch in die sächsische Politik reingebracht haben. Wenn Sachsen ganz nach vorn will, wofür wir ja als FDP stehen, ich will noch erleben, wie dieses Land an der Spitze Deutschlands steht und sich mit den besten deutschen Regionen misst, dann braucht man eine Partei, die auch den Biss mitbringt, die das auch will, die nie jammert, nur die Hand aufhält, sondern die sagt, nee, nee, aus dieser Rolle am Tropf des Westens zu hängen, wollen wir raus. Das ist nicht unsere Perspektive. Und das sind wir, das sind wir diejenigen, die genau das wollen und die den Biss haben. Es geht auch nur mit marktwirtschaftlichen Überzeugungen. Alles, was wir verteilen, muss vorher erwirtschaftet sein. Wir wissen das in Sachsen mehr als alle andere, weil wir hier eben vor allem mittelständische Unternehmen haben, kleine Unternehmen, haben das Handwerk, haben Freiberufler, die den Aufschwung hier tragen, weil die innovativer sind, kreativer sind, flexibler sind, freier sind. Und mit denen zusammen wollen wir das packen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das machen nun mal nur wir. Wir sind eine ehrliche Truppe, kommen von hier. Ja, Sachsen. Ja, FDP passt schon. Ja. Ja.